Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Berliner Rezepte. Und heute ist mein Gast Bettina Hagedorn. Sie ist Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen, kommt aus Schleswig-Holstein und ist schon seit vielen, vielen Jahren im Deutschen Bundestag auch als Abgeordnete und eben jetzt als Staatssekretärin. In den letzten Monaten hat uns vor allen Dingen ein Thema besonders befasst, Corona, neben dem Klimaschutz. Und gerade bei Corona hat sich gezeigt, dass Wissenschaft eine ganz zentrale Rolle spielt, auch für Politik in der Entscheidungsfindung. Wonach gehen Sie da? Welchem Wissenschaftler glauben Sie? Es gibt nicht den einen Wissenschaftler, dem man glaubt, sondern Politik, Beratung durch Wissenschaft, ist übrigens in Deutschland, hat eine lange Tradition. Auch das Parlament selbst, nicht nur die Ministerien, lassen sich wissenschaftlich beraten, wenn wir unsere Sachverständigenanhörungen machen. Und das ist ein gutes Beispiel, darum will ich das hier ausführen, weil dann haben wir in der Regel sieben Sachverständige, weil nämlich jede Fraktion gemessen an ihrer Größe verschiedene Sachverständige benennen darf. Das sind ganz oft Wissenschaftler. Und dann könntest du dich vorstellen, dass natürlich die Fraktionen auch bestimmte Vorlieben haben, welche Wissenschaftler sie einladen. Und dadurch gibt es immer ein ganz breites Meinungsspektrum. Denn die Wissenschaftler sind sich ja glücklicherweise auch nicht alle einig. Und gerade dadurch, dass das Parlament dann die ganze Vielfalt an Wissenschaft anhört und sich aus dieser Wissenschaft dann eine eigenständige Meinung bildet, dadurch kommen fundierte Erkenntnisse zustande. Und da ich ja schon seit 2002 im Haushaltsausschuss bin, kann ich auch sagen, als wir 2008, 2009 die Finanz- und Wirtschaftskrise vor der Brust hatten, da hat es viele Sachverständigenanhörungen gerade des Haushaltsausschusses gegeben. Und alle namhaften Ökonomen, Volkswirtschaftler, die so bekannt sind, die sind dort unsere Gäste gewesen und die haben uns beraten. Werden Wissenschaftler zu Politikern und Politiker zu Wissenschaftlern durch die Corona-Krise? Besser nicht. Weil Wissenschaft und Politik haben nun wirklich sehr unterschiedliche Aufgaben. Ganz wichtig ist der Austausch. Und sich also von der Bandbreite der Wissenschaft beraten zu lassen, wie im Finanzministerium, haben eben nicht nur, wie das früher eher üblich war, Juristen, Selbstverständige und Volkswirtschaftler an Bord, das auch. Aber mit Jakob von Weizsäcker zum Beispiel haben wir dann ja vor zweieinhalb Jahren einen sehr namhaften Chefökonom ins Finanzministerium geholt. Und da sind weitere, da werden wir vielleicht noch zu kommen, die wir auch nach und nach an Bord holen. Also wir weiten die Beteiligung der Wissenschaft aus, ganz bewusst. Aber wir versuchen auch, in einen aktiven Dialog mit der Wissenschaft zu treten, weil Wissenschaft muss auch verstehen, wie Politik geht. Und Politik muss auf die Wissenschaft hören, also sich diesen Input zulassen und sich dann aber auch eine eigene Meinung bilden und die vor allen Dingen politisch umsetzen. Und das ist etwas ganz anderes. Also Wissenschaft darf nicht enttäuscht sein, wenn sie mit ihrer Expertise nicht eins zu eins sich wiederfindet in der Politik. Das ist nicht die Aufgabe. Aber sie mit auch teilhaben zu lassen daran, wie Politik funktioniert. Wir müssen immer den Kompromiss finden. Wir müssen uns auch innerhalb einer Regierung verständigen. Mit dem Bundestag, mit dem Bundesrat, mit Europa häufig genug. Und das ist alles anders, alles andere als nur so die reine Lehre. Aber darüber versuchen wir, in einen intensiven Austausch zu kommen mit der Wissenschaft. Das haben wir gerade in der Corona-Krise seit Mitte März gibt es einen wöchentlichen Austausch in einer Telefonschaltkonferenz, immer am Donnerstag im Finanzministerium. Und da sind so über den Daumen bis zu zwei Dutzend Wissenschaftler, die sich daran aktiv beteiligen. Ist Wissenschaft auch manchmal sozusagen ein Hilfsinstrument, um Politik überhaupt auch für den Bürger erträglich zu machen? Oder genauer gesagt, dass man sagt, wir müssen das machen, weil die Wissenschaft sagt das auch? Oder hat die Wissenschaft diese Rolle gar nicht? Naja, Wissenschaft darf niemals missbraucht werden als Ausrede für eine Politik. So ein bisschen habe ich das gerade eben bei Ihnen herausgehört. Nein, es geht einfach darum, dass es ja auch viele Staaten gibt, die wissenschaftliche Expertise nicht hören wollen. Ob es nun in der Corona-Krise ist oder auch, ob es bei der Frage des Klimawandels ist. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass Politik auch den Bürgerinnen und Bürgern vermittelt. Wir machen eine Politik nicht einfach so, wie uns das gerade einfällt, sondern wir machen sie wirklich fachlich und sachlich fundiert. Das machen wir uns nicht leicht. Wir hören nicht nur auf einen Wissenschaftler. Aber wir versuchen schon, die ganze Bandbreite zu beteiligen, um dann zu eigenen, vertretbaren und verantwortbaren Entscheidungen zu kommen, die aber wissenschaftlich basiert sind. Sind wir in der Lage, das, was wir so an komplexen Erkenntnissen haben, tatsächlich den Menschen sozusagen reduziert, am Ende dann auch verständlich zu machen? Oder läuft das immer weiter auseinander zwischen Politik, zwischen Wissenschaft und großen Teilen der Bevölkerung? Also, da ich jetzt seit 18 Jahren im Deutschen Bundestag bin, kann ich Ihnen sagen, das ist schon die große Kunst, dass ich Politik stellen muss, Politik zu erklären für die Menschen. Es gibt Abgeordnete, wenn ich denke an den Franz Müntefering damals, der hatte diese Gabe in kurzen, knackigen Sätzen, die komplexesten Dinge wirklich auf den Punkt zu erklären, sodass die Menschen das auch verstanden haben. Da sind wir unterschiedlich gut. Aber für mich kann ich schon sagen, ich gebe mir irre viel Mühe, die Sachverhalte wirklich rüberzubringen und den Menschen mit einfachen Worten wirklich so zu erklären. Es gibt ganz viele Menschen, die sind da sehr dankbar für, die nehmen diese Informationen auch auf, die ja dann immer etwas komplexer sein müssen, als nur das, was man so in den sozialen Netzwerken oder so transportiert oder in der Überschrift. Also, es gibt welche, die diese Informationen abrufen und dafür dankbar sind. Aber es gibt auch viele Menschen, denen ist Politik schon lange viel zu kompliziert. Die wollen das alles gar nicht so genau wissen. Wenn sie sich dann nicht in unseriösen Quellen bedienen und davon auch manipulieren lassen, dann ist das ja in Ordnung, finde ich. Das muss man auch akzeptieren und aushalten. Aber dann braucht es Vertrauen. Und es gibt auch Menschen, die sagen, weißt du, jetzt mal bezogen auf mich, aus meinem Wahlkreis, weißt du, Bettina, ich kenne dich so lange, ich vertraue dir. Wenn du sagst, das muss so sein, du musst mir das jetzt nicht eine halbe Stunde lang erklären, dann glaube ich dir, dass du dir das gut überlegt hast. Und dieses Vertrauen in Politik insgesamt nimmt leider ab. Nicht, weil Politik, glaube ich, grundsätzlich nicht mehr vertrauenswürdig ist, sondern weil es auch ein weltweites Phänomen ist, weil Populisten in aller Welt das natürlich auch benutzen. Machen die das besser? Nein, die machen das auf gar keinen Fall besser. Aber die benutzen... Sozusagen die Komplexitätsreduktion, indem sie einfach irgendwie mit Schlagworten agieren und damit mehr Leute erreichen als andere? Ja, also man kann ja diese komplexen Vorgänge gar nicht seriös im Twitter-Modus erklären. Diejenigen, die es dennoch machen, bedienen mit dieser Vereinfachung natürlich auch das Bedürfnis von vielen Menschen. Aber es ist nicht seriös, es ist nicht solide. Und die Aussagen sind ja auch ganz überwiegend falsch und gar nicht überprüfbar. Also wir müssen uns dann, die, die für sich selbst den Anspruch haben, das besser und seriöser machen zu wollen, wir müssen uns dem Bedürfnis der Menschen stellen. Wie ich es gerade gesagt habe, die, die das wollen, die müssen das auch ausführlicher erklärt kriegen. Das Angebot muss da sein und es muss auch sprachlich so rübergebracht werden, dass die Menschen gerne zuhören. Und diejenigen, die das nicht so kompliziert haben wollen, das ist auch okay, die müssen dafür nicht gescholten werden. Aber dann fordere ich auch Vertrauen ein. Sie sind, ich frage das deshalb auch, Sie sind Kuratoriumsmitglied bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist ja die zentrale Aufgabe eigentlich dieser Institution, Menschen zu erreichen und ihnen die Grundkenntnisse der politischen Bildung beizubringen. Zwei Fragen dazu. Ist das nicht eigentlich sowieso eine Aufgabe der Schulen? Und B, ist das schwieriger geworden, die Menschen zu erreichen? Erstmal muss ich korrigieren, dass ich nicht mehr im Beirat der Bundeszentrale bin, aber ich habe dem viele Jahre angehört, als ich im Haushaltsausschuss, Entschuldigung, auch für das Innenministerium zuständig war. Aber ich schätze die Bundeszentrale für politische Bildung bis heute als einen ganz elementaren Punkt, wo die Bundespolitik, obwohl die Bildungspolitik in unserem föderalen System ja bei den Ländern angesiedelt ist, sich aber trotzdem gesagt hat, wir haben hier eine eigene Aufgabe und das ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Ich persönlich jedenfalls kenne viele Schulen, weil ich bin oft an den Schulen und bin im Gespräch mit Schülerinnen und Lehrern, die das, was die Bundeszentrale produziert, also die Heftchen oder auch heute in sozialen Netzwerken und so weiter. Viele Lehrer nehmen das gerne als Ergänzung an, weil die Bundeszentrale das schon sehr klug und mit großartigen Medienleuten macht, in einer Art und Weise, wie viele Lehrerinnen und Lehrer das einfach mit ihren Möglichkeiten nicht schaffen. Also es ist eine Ergänzung. Ich würde gerne noch so zwei Klischees so abarbeiten, die man immer hat. Sie haben immer sehr betont, dass Sie als Frau im Haushaltsausschuss eigentlich ideal besetzt sind. Ja. Aber damit ist das nicht auch ein bisschen Rollenklischee, so die, dass man irgendwie, dass Frauen mit Geld besser umgehen können als Männer? Nein. Naja, ich habe das deshalb auch in der Vergangenheit, ich weiß nicht genau, auf welche Aussage Sie sich beziehen, gerne betont, weil als ich 2002 in den Deutschen Bundestag kam, da war es so, dass im Frauen, im Familien, im Ausschuss für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, da saßen kaum Männer. Im Arbeits- und Sozialausschuss, im Gesundheitsausschuss waren auch viele Frauen, aber bei Finanzen, bei Verteidigung, im Ausschuss für Auswärtiges und im Haushaltsausschuss konnte man die Frauen mit der Lupe suchen. Und das habe ich für falsch gehalten und habe allerdings meinen Kollegen auch immer gesagt, ihr müsst euch da allerdings auch bewerben. Also man wird ja gar nicht zwangsverpflichtet in diese Ausschüsse, man muss da hingehen und ich weiß von vielen Frauen, dass sie sagen, ach, das ist aber nicht so wirklich meins. Ich habe schon, ich habe ja 20 Jahre Kommunalpolitik gemacht, bevor ich in den Bundestag gekommen bin, war da auch immer im Finanzausschuss, war auch Bürgermeisterin, ehrenamtlich und habe immer festgestellt, natürlich wurde das Geld verteilt, wer da, Geld regiert die Welt, das ist so und wer Politik macht, der muss ja auch ein selbstbewusstes Verhältnis zur Macht haben, weil man will sich ja durchsetzen, man will ja Sachen verwirklichen und dafür ist Geld erforderlich und die Entscheidungen fallen im Haushaltsausschuss und darum bin ich da immer sehr, sehr gerne gewesen und es ist so, dass ich immer gesagt habe, Frauen machen nicht bessere Politik als Männer, aber Frauen denken anders, das ist so und wir sind, ja, das stimmt auch, Frauen, also ich habe ja selbst drei erwachsene Söhne, ich habe vier Enkelkinder, als Frau denkt man immer an die Zukunft, man denkt nicht nur, was ja häufig einem vorgeworfen wird in diesen vier Jahresrhythmen und macht nur, guckt nur auf kurzfristige Ziele, sondern in einer ganz anderen Weise spüren die Frauen, weil sie auch Mütter und Großmütter sind, immer auch die Verantwortung für künftige Generationen und darum habe ich immer gesagt, die Nachhaltigkeit, die haben Frauen in ihrer DNA. Ich habe noch eine Abschlussfrage zu ihrer Vergangenheit, sozusagen. Sie haben eine Ausbildung zur Goldschmiedemeisterin. Nein, zur Goldschmiedegesellen bin ich. Gesellen, Goldschmiedegesellen, okay. Gold spielt eine wichtige Rolle im Moment. Ist das ein Zeichen für Vertrauen oder für weniger Vertrauen und warum ist Gold so beliebt im Moment? Ich glaube, Gold hat ja immer in den ganzen Jahrtausenden in der Menschheit eine wichtige Rolle gespielt, als auch ein Symbol für etwas sehr, sehr Wertvolles, für etwas Bleibendes und natürlich ist es so, dass wir haben es auch 2008, 2009 erlebt, dass dann, wenn die Menschen Sorge haben, dass Aktien, dass sie sich da verunsichert fühlen oder in anderen Geldanlagen, dass es auf dem Konto keine Zinsen mehr gibt, dass dann so eine Rückbesinnung aufs Gold kommt. Das muss nicht von Dauer sein, war nach der Finanz- und Wirtschaftskrise ja auch nicht von Dauer, aber dieser Höhenflug ist mit Sicherheit, mit der Verunsicherung in dieser Corona-Pandemie hat da was zu tun. Nichtsdestotrotz ist Gold natürlich, gerade weil Sie meine berufliche Vergangenheit ansprechen, wenn man Goldschmied ist, dann lernt man natürlich diesen Werkstoff auch sehr zu schätzen. Bei der Arbeit passt man auf, dass nicht ein einziger Goldspann verloren geht, weil einem bewusst ist, wie teuer dieses Material ist und auf der anderen Seite macht man aus diesen Gold dann aber auch wunderschöne individuelle Schmuckstücke, die nicht nur einen Wert haben, weil es Gold ist, sondern die auch einen Wert haben, weil sie individuell handwerklich gestaltet sind. Und aus meiner Sicht gehört zur Politik auch handwerkliches Können. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich werde Ihnen jetzt noch sieben Fragen stellen zur Satzergänzung. Ja, das kommt ein bisschen das auch vor, was wir schon besprochen haben. Aber das ist immer schön, weil wir das in den Social-Media-Kanälen besser darlegen können und deshalb möglichst kurze Antworten sind besser. Ja, ich fange einfach mal an. Ist das okay? Ja, ja, ja. Wunderbar. Kinder zu erziehen ist? Die schönste Aufgabe der Welt. Politische Bildung sollte? Grundstock, ist Grundstock für Demokratie. Mein Kaffee trinke ich? Mit Milch, ohne Zucker. Robert Habeck sollte als Schleswig-Holsteiner? Im Umweltbereich weiter aktiv sein. Aber nicht Kanzler werden? Aus meiner Sicht nicht. Aber das wundert Sie jetzt nicht. Finanzpolitik ist für Frauen? Teil Ihrer DNA. Gold ist für mich? Ein wertvolles und sinnliches Material. Besser verdiene sind für mich? Besser verdiener? Ja. Menschen wie ich zum Beispiel, die mehr Geld verdienen, als sie ausgeben können und die darum auch Solidarität zeigen können zu anderen, die weniger haben. Das war's schon. Ganz herzlichen Dank. Die Zeit ging schnell rum. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020